ja moin moin immer wieder ganz herzlich willkommen auf dem kanal hallo zusammen und wir haben jetzt endlich mal die zeit zu zweit gefunden dass wir jetzt mal den gewinn von meiner frau ein paket ist natürlich auch wir haben schon mal aufgeschnippelt aber wir haben damit vorbereitet also ich glotz mal jetzt ich mach das mal auf ja bitte ich lese mal kurz vor herzlichen glückwunsch und vielen vielen dank auch in diesem jahr konnte die community des tabletop networks wieder menschen in not helfen du hast dazu beigetragen und dafür möchten wir dir von herzen von ganzem herzen danken als kleines dankeschön haben alle teilnehmer des rio weekends an unserer verlosung teilgenommen ihr wisst was ich meine du hast etwas gewonnen dazu unseren herzlichsten glückwunsch wir wünschen dir deiner familie und deinen freunden ein geruhsames besinnliches weihnachtsfest und einen guten gesunden start in das fantastische in ein fantastisches jahr 2020 ja 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 cool etwas länger her ihr seht's weihnachten schon längst vorbei und semester auch ja gut aber ich hatte jetzt beruflich bedingt auch viel zu tun umziehen mussten wir zwischendurch auch also zumindest ich bin nämlich jetzt wieder in heimischen gefilgen komplett jippie juhu endlich ist es vorbei so jetzt glotzen wir mal was es hier schönes gibt ich habe schon was gesehen und zwar ist das ist von rapture von du weißt den stand den benjamin und ich irgendwie auf der spiel in essen belagert haben anders kann man sich sagen das ist der duck wo ihr kurz wart um euch zu informieren den ganzen tag super geil das ist der duck super super gut von der new world order gefällt mir sehr gut perfekt was ist das heißt das yumi ich denke charakter deck okay sagt mir gar nicht mit anime yumi starter set oder ein weiteres und oder oder weiteres charakter deck wird zum spiel benötigt okay also braucht man dazu ein zweites deck okay ja dann müssen wir reingucken ich nehme mal hier den tüdelü hier weiß ich sehe was space marines das sieht ja cool aus the sinking city habe ich schon von gehört also das ist hübsch was ist das da gibt es auch ein videospiel von den ich gerade mal kurz ich glaube the sinking city ist auch so in so einem das ist ja schick spiegelt das sehr ich hoffe man kann es einigermaßen sehen oh der winkel ist so gut ja das ist ja hübsch also auf sowas stehe ich ja düster muss es sein ja cool da bin ich ja mal gespannt was das ist schick 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 und 40k darf natürlich nicht fehlen aber auch schon ein paar mal mit dir gespielt ganz viele würfel kann man nie genug haben ne würfel 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 sonder würfel noch ein anderer würfel ist aber schön oh ja mit dem glutsch cookie drauf hier was zu schnuckern die sind sehr cool von den die sonauts könnt ihr mal drauf schauen die sonauts.com ich meine die machen podcast genau da ein podcast und ich finde die lesezeichen die habe ich mittlerweile habe ich da irgendwie drei oder vier stück von die waren doch auch bei der mail die waren auch bei der mail ganz vorne wenn man reinkam genau und da habe ich ich finde die total geil weil die im fall drauf ist da kann man dann immer auch gleich die seite wenn man nicht mehr weiß wo man halb eingeschlafen ist dann weiß man genau auf welcher seite man anfangen muss zu lesen du schlingel ja ich weiß ich finde es toll ja ich habe das gewonnen mein lieber lieb schatz so ja genau was sind das denn für würfel weißt du wofür die sind da ist so ein symbol drauf so ein symbol ja so ein symbol und ganz viele tolle auch schönes symbol drauf also würfel kann man ja tendenziell nie genug haben ist das nicht das gleiche wie da ihr seht das symbol ich kann das jetzt leider nicht zuordnen und hier steht auch gar nicht drauf für welches ist das symbol man nicht wieder das ist dann wohl immer würfel halt es auch mal in die kamera ich habe hier auch eins was auch immer das für ein würfel ja sah aus wie dieser komische adler der imperiale adler ja genau 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 guck mal der ist ja cool mehrseitige zähne müsste das sein ne ja auch 10 10 10 10 10 ja also viele würfel und wie gesagt würfel ihr wisst ja würfel fetisch ist bei mir dezent vorhanden ja cool vielen lieben dank hat sich auf jeden fall gelohnt und ich hoffe ich kriege auch mal was davon ab und darf damit ein bisschen spielen na klar darfst du damit ein bisschen spielen super geil hier nochmal kurz rapture kommt ja nächstes jahr kommen ja die kickstarter wir drehen auch jetzt in kürze das unboxing von von einem starter pack das habe ich auch gewonnen im moment ist die gewinnsträhne dran und ja da könnt ihr gerne mal schauen wie gesagt das absolute ja der absolute tipp von benjamin und mir fürs neue jahr für dieses jahr mittlerweile ja ansonsten vielen dank also ja vielen lieben dank ich bin noch mal gespannt was das hier für ein spiel ist das pen and paper ah pen and paper okay alles klar role playing game pen and paper okay das habe ich noch nie gespielt muss ich sagen keine dsa vergangenheit ne ich auch nicht muss ich ganz ehrlich gespielt aber das buch an sich ist cool also das gefällt mir sehr ja das stimmt ja mal schauen ja aber trotzdem vielen lieben dank hat mich sehr gefreut und auf der abschlussliste bei dir nein wirst du diesen abend überleben ich befürchte nicht hallo du bist gemein alles klar ja lange rede gar kein sinn vielen lieben dank genau wir sagen danke wir sind nächstes jahr auf jeden fall wieder mit dabei und wir hoffen dass unser geld dann auch etwas positives bewirkt also dieses jahr eigentlich ja genau bis november ist ja noch ein bisschen hin aber das geht schneller als man denkt ruck zuck ist wieder vorbei und dann ist wieder real weekend und wir gucken auch dass wir dieses jahr wieder auch von unserer spiel truppe was machen dann wir sind ja in gaslands das war auch sehr amüsant muss ich sagen ja das stimmt und ja gut alles klar wir sind raus ja macht's gut und bis dann ja tschüssi so 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 so